Es ist eine Riesen-Ehre, heute hier in Berlin sein zu dürfen. Als ich das erste Mal hier war, war ich 18 und ich habe noch tolle Erinnerungen daran. Das ist sehr schwer und wunderschön. Und es bedeutet mir wirklich viel, ein Bambi zu haben. Das erzählt auch ein bisschen was über meine Kindheit. Das bringt mich zurück.